Worauf ist beim Einbau eines Turboladers zu achten? Das erkläre ich euch in diesem Video. In dem Video gehe ich gezielt auf den Motorsport-Turbolader ein, das heißt der Turbolader, der irgendwie universell verbaut wird und anders verbaut wird. Bei Plug-and-Play-Ladern sind die Punkte nicht so wichtig, aber vielleicht auch doch ganz interessant. Wichtig beim Turbolader ist immer die sogenannte Einbauposition. Wir haben das hier an unserem schönen Modellmotor, wo alles aufgeschnitten ist, relativ simpel. Wir haben hier eine Top-Mount-Lösung, das heißt der Turbolader wird oben verbaut, der Krümmer führt die Rohrführung nach oben. In vielen Fällen gibt es auch die Variante Low-Mount, das heißt nach unten verbaut. Wie auch immer, der wichtigste Punkt, auf den ihr achten müsst, ist, dass der Ölzulauf und der Ölrücklauf senkrecht in einer Linie liegen. Ölzulauf ist immer die kleine Leitung und praktisch der kleine Einschrauber, der kleine Einlass. Und da kommt das Öl unter Druck hinein in den Turbolader, läuft dann über das Lager, schmiert die ganzen Teile da drin, ist ab dort auch drucklos und läuft dann unten über den Ölrücklauf zurück in die Ölwanne. Wichtig ist hierbei, dass das in einem absolut senkrechten Verhältnis funktioniert. Manche Hersteller geben an, dass eine Neigung 15 Grad ungefähr möglich ist, das heißt 15 Grad um diese Achse gedreht. Der Punkt ist, wenn ihr das Ganze schief habt oder aus irgendeinem Grund anders gedreht habt, verteilt sich das Öl nicht mehr gleichmäßig im Lager. Das heißt, es verteilt auf einer Seite zu viel und auf einer Seite zu wenig. Demnach kann dadurch sehr schnell ein Lagerschaden eintreten. Wichtig zudem ist die Wahl der richtigen Leitungen. Und zwar die Zulaufleitung bei kugelgelagerten Turboladern geben wir mit Dash 4 an. Ihr solltet immer eine Dash 4 Leitung benutzen für den Zulauf. Für gleitgelagerte Turbolader kann Dash 4 auch passen, insbesondere bei größeren gleitgelagerten Ladern. Ich sage mal so, ab Airworks S300 Serie würde ich zu einer Dash 6 Leitung tendieren, weil diese Gleitlager doch etwas mehr Öl brauchen. Umso größer das Lager wird, umso mehr Öl muss dort durchgehen. Ganz wichtig, auch wenn wir eine vermeintlich kleine Dash 4 Leitung im Zulauf haben, brauchen wir auf dem Rücklauf eine Dash 10 Leitung. Minimum Dash 10, also 16 Millimeter ungefähr, kann man sich merken, als Rücklauf. Das Problem ist, dass das Öl im Zulauf komprimiert wird und damit einen kleinen Raum einnimmt. Und ab dem Rücklauf des Turboladers praktisch sich wieder ausdehnt, weil es drucklos ist und dadurch viel mehr Raum braucht, um zurückzulaufen. Wenn es unter Druck in die Rücklaufleitung gedrückt wird, drückt sich das Öl zurück in den Turbolader, versucht einen anderen Weg nach draußen zu winden und läuft dann entweder in die Ansaugung oder in die Abgasseite. Und ihr bemerkt es dann durch einen blauen Qualm oder durch Öl am Lagergehäuse, wie auch immer. Das sind dann so diese Momente, wo man denkt, oh Gott, der Turbolader ist kaputt. Liegt häufig an einer zu kleinen Rücklaufleitung. Auch wichtig ist der Luftweg, das heißt die Ansaugung in den Turbolader. Hier ist es natürlich ein exemplarisches Modell der Luftfilter direkt verbaut. Manche machen das auch im Fahrzeug. Wichtig ist, dass man vor der Ansaugung des Turboladers möglichst 10 cm geraden Weg hat und nicht direkt in den Bogen geht. In manchen Fahrzeugen ist das nicht machbar, das ist völlig klar. Nur ihr müsst immer bedenken, gebt dem Turbolader so viel maximalen geraden Weg, wie ihr könnt, weil durch eine direkte Anschwägung passiert das, dass das Verdichterrad sich in die Richtung der Ansaugung zieht und dadurch immer das Lager auf einer Seite ein bisschen stärker belastet. Das heißt, wenn dann die Welle praktisch schief steht, wird das vordere Lager deutlich stärker belastet als das hintere Lager, was irgendwann zu einem Lagerschaden führen kann. Wasserkühlung. Wenn der Turbolader eine Wasserkühlung hat, verwendet bitte die Wasserkühlung. Verzichtet nicht auf die Wasserkühlung und wenn ihr einen ölgekühlten oder luftgekühlten Motor habt ohne Wasserkühlung, verwendet die Ölzulauf- und Rücklaufleitung für die Wasserkühlung. Das heißt, kühlt das eigentlich mit Wasser gekühlte Lagerhäuse dann äquivalent mit Öl. Verzichtet bitte nicht auf die Wasserkühlung. Es gibt einige Turbolader-Hersteller, die explizit sagen, man kann ohne Wasserkühlung fahren, aber auch nur diese sollten dann auch wirklich ohne Wasserkühlung gefahren werden. Auch wichtig ist die interne Druckdose, sofern einer am Turbolader verbaut ist, dass diese perfekt verbaut ist oder richtig verbaut ist. Das Gestänge, welches hier die Klappe bewegt, muss auf jeden Fall gerade laufen. Das heißt, wenn ihr hier bei der Druckdose reinschaut, muss das Gestänge mittig in der Aussparung der Führung sitzen. Sitzt das Gestänge nicht richtig in der Führung oder nicht mittig, gibt man Gefahr, dass die Membran in der Druckdose zerstört wird und damit die Druckdose defekt ist und der Turbolader nicht mehr die Leistung macht, die er eigentlich machen soll. Ich hoffe, ich konnte euch die wichtigen Punkte für den Einbau eures Turboladers vermitteln. Für weiterführende Fragen stehen wir mit unserem technischen Support zu eurer Verfügung und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen.